hallo aus dem r&w shop in hattingen wir haben wieder neues aus dem erotik shop und heute haben wir ein special für euch ich wollte euch nämlich gerne zeigen was die frau von welt alles in einem swinger club zu tragen kann dann machen wir jetzt gleich eine kleine modenschau mit euch und es geht los so das hier ist das klassische kleine schwarze würdet ihr denken könnte man gut zu jeder cocktail party anziehen ist bedeckend aber sexy gar keine frage aber jetzt zeige ich euch was dieses kleid swinger club tauglich macht folgt mir einfach zu viel versprochen ich glaube dass es selbst erklären da muss ich nicht mehr viel zu sagen und deswegen können wir jetzt schon zum nächsten übergehen so man kann natürlich auch in gala outfit in einen swinger club gehen kommt ganz besonders gut zum beispiel zu einer silvester party oder zu einem sm empfang ein langes abendkleid aber sexy genug um damit zu beeindrucken man kann elegant angezogen sein aber trotzdem sexy einblicke gewähren und ganz im ernst wer guckt da nicht gerne hin und jetzt kommt gleich das nächste outfit ist gleich hier haben wir ein wunderschönes club kleid schön ausgestellt mit schönen einstellmöglichkeiten damit es schön am körper sitzt quasi für jede frau geeignet aus dem richtig schönen material sieht aus wie leder ist aber keins gut dann zeige ich euch jetzt noch einen clue bis gleich aus allen teilern kann man auch zwei teile machen ganz toll zum kombinieren man kann auch nur den rock tragen nur das oberteil und wie ihr seht spanngurte sind nicht nur im wahren güterverkehr zu gebrauchen sondern auch an schöner weiblicher club bekleidung kann man übrigens auch mit stiefeln tragen für einen auftritt der aufsehen erregen wird wollt ihr mehr sehen ihr kriegt mehr zu sehen jetzt geht's was zu sehen wenn ihr ein zwinger club habt in dem ihr euch so richtig wohl fühlt könnt ihr euch natürlich auch frivol kleiden so wie ich jetzt die dinger sind übrigens nur für youtube damit wir euch das hier auch präsentieren dürfen die könnte tragen in einem schlussinger club müsst ihr aber nicht schöne guckfaktoren so zeige euch jetzt noch ein outfit aus unserer ganz neuen kollektion auf die wir sehr stolz sind und darauf könnt ihr euch jetzt freuen hier haben wir noch mal ein kleid aus dem bdsm bereich dass man aber auch super gut auf jeder singer party tragen kann es ist brustfrei ausgestellt und hat einen so schönen tiefen rücken aus zwei materialien das heißt ihr könnt euch auch jederzeit einen lackschuh dazu aussuchen wird genauso gut passen wie alles aus leder oder kunstleder und mit diesem outfit schließen wir die jetzige sendung wir machen auf jeden fall eine fortsetzung und ich würde mich freuen wenn ihr dann wieder mit dabei seid ach so ich habe noch was vergessen für alle frauen die nicht so gerne auf diesen hohen hacken gehen wir haben auch wunderschöne club schuhe mit einem flacheren absatz absolut zwinger club tauglich und überall gerne gesehen so und das war es jetzt von mir ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss eure nelly